Ich bin 1958 geboren in Wien, habe eine schöne Kindheit gehabt mit vielen Geschwistern, Schwestern vor allen Dingen und das ist sehr lange gut gegangen und dann ist meine Mutter ins Gefängnis gekommen, unschuldig, ein Monat und da hat sie mich auch erwischt, weil da sind wir alle ins Heim gekommen, dann haben sie meine Geschwister entlassen und ich bin dann immer davon gelaufen, immer. Ich wollte nur nach Hause, ich bin sechsmal, zwanzigmal davon gelaufen und davon gleich zwanzigmal wieder von zu Hause weg. Ich war noch ein junger Bub und habe keine Ahnung von irgendwas gehabt, normal hätten sie das gar nicht dürfen einsperren. Und so ist es weitergegangen, nach dem Heim, ins Gefängnis, raus, ins Gefängnis, raus, ins Gefängnis und das bis zu die letzten fünf Jahre. Seit fünf Jahren greife ich gar nichts mehr an. Ich habe noch viele Schwestern, leider hatte eine schon den Krebs. Dann von einer anderen Tochter ist das Kind gestorben, acht Monate vor einem Monat. Das sind sehr schlechte Sachen. Und das Leben war halt nur immer mit Schwierigkeiten verbunden, durch die Vorstrafen etc. Wenn du einmal bei uns Vorstrafen hast, bist du unten durch, da kannst du nichts machen. Ich bin letztes Mal gesessen, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Ich bin gesessen und der was gehabt hat, ist nach Hause gegangen. Nur wegen meiner Vorstrafen. Das ist Österreich. Ja und sonst eigentlich war ich immer zu Hause oder mit Freunden unterwegs, wie immer der Junger ist. Man geht in Discos. Aber ich war schon mit 21 verheiratet, habe zwei Kinder gehabt mit 23. War super schön alles und das erste Gefängnis hat mir alles zerstört. Alles. Also das Heim, diese Geschichte. Man lernt da drüber nur Scheiße. Wirklich. Du lernst dort von, was kannst du lernen von Leuten, die sind zwischen 16, das war der zweitjüngste, ich mit 13, dann eben noch mit 16, die Restreiche waren zwischen 16 und 21. Was kannst du da lernen? Außer Kriminelles. Nichts. Nur Blödheiten. Normal hätte ich in die Schule gehört. Da haben mich zwölf rausgeschmissen aus der Schule. Wenn du keine Möglichkeiten hast, bleibst du das, was du hast. Was hast du Möglichkeiten? Ja, Möglichkeiten hat es für mich nie gegeben. Ich habe einen schweren Unfall. Das ist komplett kaputt. Jetzt raufe ich schon, weiß nicht, bald zehn Jahre. Jetzt haben wir fünfmal schon hinter Pension abgelehnt. Diese Invalidenpension. BBRZ sagt, ich bin arbeitsunfähig. Ich bin fast 60. Nein. Sagt der Richter zu mir noch klar, sie bekommen eh Arbeitslose und Mindestsicherung. Ja, aber das ist keine Pension. Ich brauche keine Pension. Ich kann nicht arbeiten. Das steht da da schwarz auf weiß. Uninteressant. Widersinn. Ablehnung. Das ist Österreich. Ganz einfach. Österreich. Eine Bürokratenstadt bis zum geht nicht mehr. Und bei mir ist das so schwer. Ich kann mit dem Fuß nicht so lange gehen. Ich muss nehmen 1000 Milligramm Morphium täglich. Ja. Für vier andere wäre es tödlich. Wenn ich alles auftein würde, vier Leute wären vier tot. Ich alleine bin nicht tot. Mit fünf. Danke. Ihr habt früher auch gespritzt und alles probiert. Überhaupt im Gefängnis probierst du alles. Magst du auch alles, weil du kannst nichts im Kopf auslesen. Jetzt kann man Fernsehen auch schon. Aber das ist uninteressant alles. Genau. Das ist nicht wichtig. Medien. Genau. So wie früher. Früher war alle sechs Wochen Besuch. Das ist eine Frechheit. Da hast du am Anfang gehabt, alle sechs Wochen. Das ist in Dritteln eingeteilt worden. Im zweiten Drittel hast du früher Besuch gehabt und am Schluss alle zwei Wochen. Das ist genau verkehrt und falsch. Am Anfang muss ich schauen, dass ich die Familie zusammenhalte. Das kann ich nicht, wenn ich nur einmal in sechs Wochen Besuch habe. Das geht nicht. Mit Kindern. Eine Viertelstunde Besuch. Jetzt sind wir nicht böse. Das ist krank. Jetzt probieren Sie mit den neuen Häusern wie Leoben und so. Und dieser komische Praterstern ist sowieso ein Horror. Heute kann man da nicht mehr gescheit lesen. Ich bin ja ausgestiegen, bin da rausgekommen und wollte wie jetzt nur eine rauchen. War sofort da drinnen, ausziehen, nackert und nein. Wirklich? Ja. Es ist unglaublich ein Verbot bekommen, dass ich hier sein darf. Dass ich nicht mal hier sein darf. Ich habe nichts, nichts, nichts habe ich gemacht. Gar nichts. Ich habe nur gesagt, du hast alles wieder zurück und bitte auf Wiedersehen. Wir wollen Sie hier nicht mehr sehen. Ich sage ja bitte, ich muss, weil ich muss hier umsteigen und ich gehe rauf und rauche eine. Und dann gehen Sie hinten raus. Hinten kann mir genau dasselbe passieren. Stehe ich hinten, rauche eine, ist dasselbe. Ja, hast auch wieder recht. Ich sage ja, es ist egal, wo ich hingehe. Nein, es ist eine Katastrophe bei uns, wirklich. Ich bin schon so satt auf alles, wenn ich die Welt schaue. Ein draußen macht dem anderen. Haben Sie die Zukunftsbedingungen? Nein, nein. Sind Sie alt? Dazu bin ich schon zu alt und was kommt, kommt. Ich habe mir früher schon, wenn ich einmal 60 wäre, bin ich zufrieden. Alles andere, was drüber ist, ist Bonus. Ich bin auch relativ krank. Es gibt nichts mehr. A nimmt mich niemand. Wer nimmt dich mit 20 Jahre und null mit, ich habe keine Ahnung von irgendeinem Beruf. Keine. Also wer nimmt mich? Kein Mensch. Nicht einmal zum Straßenkern. Nicht. Aber das kann ich auch nicht. Was ist die Begründung von denen, weil sie es nicht dürfen? Na, weil ich die Vision immer abgelehnt bekommen. Die sagen zwar alle am AMS, das gibt es ja nicht, das muss ja endlich und das sagt, ich probiere, ich helfe. Aber das zieht sich acht Jahre schon hin und fünf Ablehnungen. Das ist krank. Und welche Ablehnungen? Wenn du es liest, wird das schlecht. Und so geht es die ganze Zeit. Man wird nur von einem Amt zum anderen geschleppt und geschickt und jeder schickt dich wieder woanders hin. Das ist bei uns normal. Ich muss oft in der Woche drei, vier Termine wahrnehmen. Muss aber in der Früh in die Apotheke gehen. Ich muss mir das jeden Tag in die Apotheke holen. Mit 60 und mit kaputten Füßen und alles muss ich da jeden Tag in diese scheiß Apotheke gehen. Nur weil so junge Buben so blöd waren und vor zehn Jahren war das, da haben so viele Tabletten dazu genommen und sind gestorben. Und jetzt haben sie das auf alle umgemünzt. Jeder muss, außer die Arbeiten, müssen in die Apotheke jeden Tag. Und ich kann das oft nicht. Wirklich, ich kann das bald nicht mehr. Ich glaube, das ist alles so einfach. Und mit diesem Geld, das ich bekomme, wird mir sowieso schlecht. 480 Euro im Monat. Wer kann sich das, wer kann da leben? Meine Wohnung kostet zwar nur 256 oder 58, dann habe ich mit Strom, sind 300 einmal weg und dann bleiben noch 400 und etwas. Wer kann damit leben? Das kostet mir eher 70. Essen muss, raucher bin ich und damit ist das Geld weg. Ich muss auf meine Schwester auch noch schauen durch den Krebs, was sie jetzt hat. Da machen sie auch die Urschwierigkeiten wirklich. Die haben so einen bösartigen Krebs und die haben das bis vor kurzem nicht ein bisschen abgestoppt. Wirklich, nicht ein bisschen. Und da ärgerst du dich grün und blau, so wie mein Arzt, der sitzt dort wie der Lord Wumsti. Im Anzug gibt dir nicht die Hand und das ist normal heute. Früher hat du dich abgekloppt und gehört und heute gehst du rein. Jeder hat so ein Gesicht. Und wenn ich ansage, bekomme ich das und kann schon wieder gehen, das war's. Und so ist das jedes Mal und wenn ich zu spät komme, muss ich 10 Euro zahlen. Das ist das Ärgste. Das gibt es nirgends. Nur meiner verlangt 10 Euro. Nimm die 10 Euro, schieb die unter seine Maus, schieb die runter und ich zahle meine 10 Euro, weil ich einen Termin verpasst habe. Da habe ich auch seit mein 16 Leben sehr harsch ist. Das greift natürlich ein bisschen das Kurzzeitgedächtnis an. Überhaupt, wenn man geraucht hat, hat man manchmal einen Schub, berätst über was und weiß das nicht mehr. Aber trotzdem, es hat mich weggebracht von dem ganzen Dreck. Ich habe kein Heroin mehr genommen seit ewigen Zeiten, kein Kokain, nichts mehr. Also für mich war die Substitution in dem Fall, ist sie mit dem Gift und dem Fuß ideal. Ich habe nicht so Schmerzen, die wollen mir auch operieren. Die können nur schmerzfrei operieren. Und der hat mir das gesagt, das schneidet hier und hier, damit der Fuß so aufgestellt wird. Dann habe ich einen rollenden Gang. Sag ich, auf Wiedersehen. Ich lasse mir nicht meine Beine zuschneiden und dann kann ich vielleicht überhaupt nicht gehen. Ich sage, nein danke. Das brauche ich alles nicht. Ich werde mit dem sterben und aus. Operieren. Das hätte gleich operiert gehört wie vor 10, 15 Jahren. Aber da haben sie mich nicht operiert, weil sie gewusst haben, ich fahre ins Landesgericht. Ich fahre ins Landesgericht, bringt den am nächsten Tag. Am nächsten Tag war es zu spät, weil ich so einen Fuß gehabt habe. Da kann man nicht operieren. Und somit habe ich sechs Monate Gips oben gehabt. Den habe ich mir runtergerissen. Scheiße, wirklich. Scheiße. Und das ist natürlich nicht besser geworden. Das ist schlecht geworden. Ich sollte seit 20 Jahren mit Rücken gehen. Dann tue ich es nicht. Ich würde mir viel mehr, weniger Parteien wünschen, so wie die FPÖ, die nichts zu suchen. Ich bin politisch schon ein bisschen engagiert. Es interessiert mich total überhaupt Geschichte. Alles was interessant ist und das schaue ich oder lese ich durch. Also ich bin sehr interessiert an allem. Es gibt fast nichts, wo ich sage, das wäre uninteressant oder sonst etwas. Aber wie gesagt, es sind so viele Nebenprobleme, dass das nur leider kurze Momente sind im Leben. Ich lebe nur mehr so dahin.